Hi, grüß dich. Heute haben wir immer noch den ersten Tag von Lissabon nach Santiago de Compostela und dann weiter zu Finistere und in diesem Video werde ich dir ein bisschen was zu Herausforderungen und zu Hindernisse auf deinem Weg zum erfolgreichen Daytrader und auf meinem Weg nach Finistere erzählen. Und zwar heute haben wir schon das erste Hindernis und das ist mein Schuh. Was hilft in so einem Fall, wenn der Schuh am ersten Tag schon so aussieht? Der ist 25 Tage alt, das heißt den vorigen Jakobsweg hat er gut ausgehalten und jetzt heute am 26. Tag habe ich da ein riesen Loch unten und muss jetzt natürlich einen Schuhmacher suchen. Im letzten Dorf war leider kein Schuhmacher da, jetzt sind wir hier fast am Ziel angekommen und ich werde jetzt sofort einen Schuhmacher suchen um eben dieses Hindernis zu beseitigen. Wenn du solche Sachen hast, ob es Trading ist, ob es irgendein anderes Ziel ist, dann solltest du eines wissen, in so einer Situation ist es wichtig dich auf die Lösung zu konzentrieren und nicht auf das Problem. Also wirklich ganz wichtig, konzentriert dich auf die Lösung und nicht auf das Problem. Und wir haben uns jetzt hier auch auf die Lösung konzentriert, suchen jetzt hier ein Zapatero, das heißt auf Portugiesisch Schuhmacher und werden bestimmt auch einen finden. Die Sache ist die, wenn wir so ein Hindernis auf dem Weg haben oder so eine Herausforderung, dann neigen wir natürlich dazu zu sagen, oh warum passiert das genau mir, oh jetzt kann ich nicht mehr weitermachen und ja den anderen geht es doch viel besser, wieso kann es nicht bei mir immer alles glatt laufen. Wenn du dich dabei erwischst, ja, dann streiche bitte alles, das ist alles Quatsch, das ist alles Blödsinn, das stimmt alles nicht und konzentriere dich auf die Lösung, konzentriere dich darauf, dass es, es gibt immer jemand anderes, dem es auch schlechter geht, ja und konzentriere dich lieber auf die Lösung, auf deinen Weg und auf dein Ziel und dann wirst du den Weg auch dahin finden und jede Herausforderung meistern und jedes Hindernis beseitigen. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg zum erfolgreichen Daytrader und ja, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann, ciao.